Hey Leute, wenn ihr auch im nächsten Video eingeblendet werden wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar bei dem Hashtag Kommentar. Ja, Evil Loss. Und dann werde ich vier von euch aussuchen. Könnt gerne reinkommen. Ja, tschüss. Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von Fortnite. Heute spielen wir die nur eine Kiste oder erste Kiste Challenge. Ich bin gespannt, ob ich es schaffen werde. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn euch Fortnite oder Minecraft gefällt. Und dann würde ich sagen, starten wir in die Runde. Also, ich habe schon wieder den Backmann. Wir werden schon wieder Arena-Punkt angezeigt. Egal, wir gehen mal. Es ist heute wie immer, Ehrenbruder, ich gehe da immer hin. Das ist einfach mein neues Zuhause. Heute bin ich übelst auf Halloween ausgelegt, sogar gefühlt von meinem Skin und Zeugs und bla und bleep und... Auf jeden Fall, ich werde jetzt, denke ich mal, ein bisschen mehr Fortnite oder Minecraft machen. Aber es behält sich ein, ich habe jetzt nur ein bisschen Knappheit, weil heute ist Donnerstagmorgen, kommt es Video online, 13.15 Uhr, wie jedes Mal, Mittwoch und Freitag. Oh no, no. Das ist mein Haus. Du gehst ja, ja, schön, hast es gemerkt, wer der Boss... Och, ne. Ich weiß, warum er runter ist. Ich weiß es einfach. Das war noch keine Kiste, das war nur eine Munitionskiste. Hier ist ja nicht eine Kiste. Ich würde sagen, bis ich eine Waffe habe, darf ich auch andere Waffen nutzen. Oh no. Oh no, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich gehe mal zur Brücke. Ähm... Leute, äh... Ja gut, ähm... Tschüss, ich gehe da mal. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob ich es angesprochen habe, aber ich werde... Also ich habe eine Kooperation jetzt mit, oder... Eine Partnerschaft mit einem, äh, Fort... Ähm... Ähm... Ich kann mal... Ich kann nie reden, ich kann nie in meinem Leben... Gibt es eigentlich Kisten? Also ich darf alle... Nur Waffen darf ich aus einer Kiste nehmen. Ich kann irgendwie nie reden, Mann. Aber, ähm... Ja. Ah! Ich hasse mich. Neh, Spaß. Hasst euch nicht, mögt euch, liebt euch, küsst euch. Neh, Spaß. So, Kiste. Uh, okay, ich habe die Challenge gewonnen. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das Spiel unlogisch, dann spiele ich Minecraft. Ähm, ich habe eine Partnerschaft mit dem neuen, oder bald neuen Server. Da werde ich auch noch ein Video rausbringen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Aber die bauen gerade einen City Build Server für die Bedrock und die Java Version. Also, wo ihr am Handy und Playstation spielen könnt. Hoffentlich bald auch auf der Playstation halt. Xbox und PC geht schon. Windows 10. Werden die den Server rausbringen, dann werde ich ein Video rausbringen, auch. Und alles erklären, was da ist. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne, um up to date zu sein, den Link unten in der Beschreibung. Ich habe das mit Minecraft Discord markiert. Ja, reden, Deutsch, Easter. Also Kisten öffne ich, aber... Wobei... Ne, ich mache ohne Kisten öffnen, nur Munition. Oh, die arme Pump. Also, ich darf keine Kisten, nur Munitionskisten öffnen. Oder? Ne, komm, komm, ich bin ein Weichei. Ich mache jetzt mal. Ah, ich lasse einfach die Kiste zischt. Ich baue sie einfach ab. Ich baue sie einfach ab. Bam. Oder kommt ein Heli? Uff. Hätte ich den bekommen, Alter. Der ist... Leben toll. Ist eigentlich so eine gute Idee, direkt Doomsday reinzugehen? Keine Ahnung, Alter. Let's go. Ich werde sterben. Vielleicht wäre Arena sogar noch schlauer gewesen, weil... Keine Ahnung, dann hätte ich noch Leben, wenn ich jemanden töte. Falls ich jemanden töte in meinem Leben. Komm, hier, ihr Leute, ihr sterbt jetzt, Alter. Irgendjemand will jetzt sterben. Hä? Der hat sich teleportiert. Oh. Aimbot plus 10.000, Alter. Schießt der Bot auf mich? Alles klar. Wow, habe ich die weggeholt, Mann. Ich darf halt nur Augen nehmen. Oh, das ist doch Doom. Oh, ich kann den Tresor looten und dann kriege ich Loot und dann habe ich gelootet. Oh, das ist ein Sniperwärts. Nice. Oh, eine goldene Auge. Oh, Mann. Komm, schmeiß, schmeiß, schmeiß. So. Wie ist es eigentlich? Seid ihr noch in der Schule oder? Ähm, nicht so als Frage. So, ja. Ich weiß nicht, was ich labern soll. Wie immer, Alter. Ich habe keine Ahnung, Mann. Eigentlich ist es nur Auge chillig, weil man genug Munition hat. Der Gegner hat sich bestimmt gerade auch gefragt, warum ich eigentlich nicht die Pump oder so mitnehme, sondern nur Auge. Okay, ich mache es mit Kistenöffner, aber ich darf nur Heal und Munition und so rausnehmen. Also keine einzige Waffe, sonst wäre es ein bisschen dumm. Dann ist es fair, weil ich bin ein Fairtrade-Spieler oder sowas. Keine Ahnung. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Oh, Mann. Regalen, ganz Inventar voll hier. Das hatte ich noch nie in meinem Leben gefühlt. Uff, eine Challenge. Let's go. Oh, ich nehme, glaube ich, anstatt Madkit die Dinge mit. Man muss ja auch taktisch bleiben, wie so ein Tic-Tac, und dann ist man ein TikToker. Keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht wisst, was ihr reden sollt, aber wollt irgendwie lustig sein, aber seid's nicht? So ist mein Leben entstanden. Was bin ich? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Es ist einfach so. Ich bin wild. Ich bin wild. Wild. I am wild. Ich bin wild. Egal. Komm, wir gehen mal mit der Oak auf den Trickshot. Haha. Wenn ihr noch Video-Vorschläge für Fortnite oder Minecraft habt oder wisst oder eine Idee habt, was ich beim nächsten Mal ein Minecraft-Video machen soll, dann könnt ihr es gerne reinschreiben. Ich lies mir alle Kommentare durch, ihr wisst das. Außer ich hab irgendwann mal eine Trilliarden Abos, dann vielleicht nicht mehr so. Aber, ich hab noch eine Sache. Ähm, wenn ihr Bock habt, dass ich öfters Minecraft bringe. Also ich, man merkt, ich hab nicht mehr so Bock auf Fortnite irgendwie. Also es bockt, dass ich... Das ist schwer zu erklären. Ich will jetzt nicht komplett aufhören, weil ich schon seit Ewigkeiten das Spiel spiele. Gefühlt. Oder vor lange schon. Oh, da oben ist auch einer. Da muss ich aufpassen. Aber... Ah, das ist schwer jetzt zu reden. Ich muss konzentrieren. Hör, wie... Wie hat er das kaputt gemacht? Ah. Ah, okay. Wie kann er mir Schaden machen? Das ist übel nervig. Wartet mal. Ich muss ganz kurz hier weg. Das ist nicht unbedingt die schlauste Idee. Kratz. Auf einen mit einer Pum zu gehen. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfters... Ähm... Ich kann leider keine Abstimmung mehr machen. Wenn ihr wollt, dass ich... Also ich will halt öfters Minecraft bringen. Minecraft bockt mir kratz. Richtig. Aber ich weiß nicht, ob ihr da seid wegen Fortnite. Weil es vielleicht funny ist. Ich weiß es nicht. Oder ob ihr da seid, weil einfach... Ähm... Minecraft bockt oder so. Ich weiß... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin schwer beim selber entscheiden. Das ist so ein kleines Problem von mir. Ich kann mich selber gerade nicht entscheiden, was ich machen soll. Ob ich Fortnite oder Minecraft. Am liebsten würde ich Minecraft. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Boah, ist der los. Der tut mir irgendwie leid. Komm. Komm. Ey. Mach mal keine Fax mit meinem Freund. Mit meinem Geschenk. Ich hab das Gefühl, irgendjemand snipet mich gleich. Warum hat der geschossen? Das hat null Sinn gemacht. Ich geh mal mal ganz kurz hin. Bin wieder voll. Jetzt stell ich noch an einem Hitshot. Ah, das ist schwer. Der hat auch eine Pump und so. Ich weiß nicht. Ich hab auch nicht mehr so viel Metz. Ich hab 500. Er nervt, Alter. Wo hat der hingeschossen? Oh, das war doch so klar, dass er wiederkommt. Ja, er versucht mich sogar zu losgucken. Ja, ich bin schlecht. Ich weiß. Ich spiel nicht so oft, Fortnite. Vielleicht manche denken, aber ich hab eben. Es ist gefühlt auf Maus der Satur. Man kennt ihn. Da hätten sie dann auch gegeben. Hier ist so viel Action. Ich hab's Gefühl, das ist langweilig, wenn ich so viel rede. Oh, wow. Oh, ich hab vorhin schon in der Arena so einen Gegner. Ja, ich werde sterben. GG. Hab doch Respekt, Mann. Ich hab noch ein Auge. Warum hielst du dich? Das ist unlogisch, so was ich jemals gesehen hab. Komm doch jetzt mal her, du trauriges Würstchen, Alter. Wow. Du bist so ein trauriges, jämmerliches Würstchen. Sorry, aber... Junge, ich hab nur ein Auge, Alter. Sorry, Leute, aber... Ja, das ist einfach der traurigste Spieler, den ich jemals gesehen hab. Oh, mein Gott. Ich würd so gern die Sniper nehmen. Leute, hier ist einer. Komm, das ist doch safe, ne Pump, Mann. Alles klar. Oh, mein Gott. Sorry, Alter. Sorry. Es tut mir irgendwie leid. Ach, Mann. Ich bin so ein gemeiner Gegner. Warum? Wo ist der Gegner? Hier ist noch einer. Hä? Ja, okay. Okay. Tschüss. Hä? Äh. Ja? Ja. Uff. 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 Also, wenn ich so One-Shot wär, würde ich jetzt nicht unbedingt hier abversuchen, ab... Oh. Die Auge. Ich hab's gesagt. Also, ich werde gewinnen mit dieser Waffe. Die ist viel zu stark, Alter. Fällt mir grad so auf. Oh mein Gott, Alter. Die Gegner sind zwar ein bisschen lost, aber... Jungs, ihr seht, ihr seht, was ich grad mach. Ich hab... Ich hab wirklich sehr wenig Aim mit dieser Waffe. Und Aim und ich sind keine guten Kombinationen. Das ist also... Die Snipes von ihm sind echt nicht schlecht. Was willst du jetzt, Alter? Man... Geht doch mal weg. Was ist hier los? Hilfe! Darf ich mal chillen? Vielleicht. Oh, jetzt kommt der auch. Jungs, ich bin mal ganz kurz weg. Die Schnitzelis. Die Schnitzel-Lawis. Hör mal auf mit dieser dummen Waffe, Mann. Ey, das war mein Kill. Ich hab noch die 10 Kills. Ey! Wurden mir grad zwei Kills abgestaubt. Ich hab halt nicht mal Ahnung von wo. Ich hab Angst, dass der da unten chillt. Wird aber wahrscheinlich so sein. Ne. War das der von da? Ah, stimmt. Das sind die letzten zwei. Reichen Granaten bis dahin? Ich reiß die sowas von runter. Ich reiß die sowas von runter. Wo ist der? Ah, der war nicht mehr da. Ah, der steht da hinten. Egal, egal. Ich hab den Kill. Boogie Bombs. Hier. Bam, bam. Oh, ich hab wieder saftig mit. Saftig mit. Hä? Ah, es sind noch zwei Leute. Oh mein Gott. Ich dachte, wir spielen Duos. Oh, das war los von mir. Hier ist noch einer mit einer Sniper. Ich war grad so... Oh. Ich war grad so safe, dass ich einen Sieg mach. Ich war mir grad zu 100% safe, dass ich einen Sieg mach. Mann. Jetzt ist noch ein Gegner da. Oh, der ist so white. Dann würd ich gar nicht erst schießen. Jetzt war ein Sniper, aber... Woran ist der gestorben? Äh, Leute? First try. Let's go. Let's go, Broodies. Let's go. Let's go, Alter. Sieben Kills. Let's go. Yo, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's damit. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir, indem ihr in die Kommentare schreibt. Mit dem Hashtag Kommentar. Oder indem ihr ein Like auf dem Video da lasst. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.